komm in meine arme aber das spiel ich jetzt aber da war ich noch mal leistung finde ich hardcore ja wenn du zu weit runter gehst dann sieht das alles sehr pixellig und du kannst dann auch nicht mal sehen hier was da steht so auf den displays und so weiter wie kann ich das auswählen eigentlich kaum in meine arme du musst beim emot doch aber aber ich glaube nicht nicht die emotes auswählen kannst du nur konfigurieren sozusagen es gibt so ein rat wenn du im kampf bist dann kann es glaube ich mit x oder so daumen hoch daumen runter und so was solche emos halt machen auf eine gute mission generalbefehl denn sie den terminen ausbruch ein bevor sie die bugs weiter ausbreiten können ach so wir haben wir haben negativ effekte taktik ausrüstungsplätze um 18 das ist ein negativ effekt deswegen das immer 10 drücken das ist das nicht immer so ist das wieder weg wo wir bei der unten anfangen und dann darum gehen so ja auch noch hier nichts wasser landen okay ich nehme die automatische kanone mit marken es wird sich die aufgabe sondern zerstören dann brauche ich einen der mit den rucksack trägt vielleicht ein lemm ich brauche die gettling ein orbi ich kann keinen rucksack mitnehmen glaube ich ach scheiße ich mache das mal so passt schon ach nee warte mal warte mal warte mal ich habe keine waffe dabei das wäre dumm das wäre richtig dumm aber nicht wenn die vierten slots wieder auf sind dann kann ich noch den rucksack mitnehmen aber so bleibe ich lieber schuster bleibt bei deinen leisten oh gleich eine fabrik hier in der nähe so sollen sie kommen sollen sie kämpfen sollen sie die unbeziehbare macht der hair divers spüren unterstützungswaffe trifft ein kann er im lemmkommat zu mir achtung hier ist nämlich so ein rucksack wo hier da wo ich markiert habe ich muss hier weg ich muss hier weg 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 hab ich okko weg gemacht ja mein gott wir sind direkt einer fabrik gespawnt das ist pech warte ich mache einen schlag drauf einen kleinen mit dem habe ich dich schon dreißig mal weg gemacht deswegen das ist der kleine ach so ein kleiner ich habe doch so eine große kanonien an ja und dazu gibt es einen rucksack dann kann sich mlemm neben mich stellen und dann hinter uns hinter uns wo wow ne warte oh shit für bitte luftunterstützung ist voll ich habe keine money mehr im lemmk muss mich auffüllen wir haben echt nicht viel zeit für hier das ist true ja ok schnell los ah ok du musst gar nicht die ganze zeit daneben stehen du musst nur wenn ich keine money mehr habe musst du mir mal wieder rein füllen das jetpack fehlt mir mui weh wir haben übel wenig zeit what ok ich glaube wir müssen die map ist aber auch jetzt nicht groß ne also wir dürfen halt nur nicht jetzt z z verplempern jo dann machen wir dann macht ihr die große und warte ich bin langsam chris auch das noch oh nein butterball zwei still chris füllen nochmal auf reichweite der feindlichen artillerie ist ok 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 der ist platt scheiss artillerie ne ich habe zwei große schläge ne einen großen den kann ich drauf machen den reichweite der feindlichen artillerie was ich mach gleich einen großen drauf ich kann ich bin noch nicht in wurfreichweite und du darfst nicht stehen bleiben wir sind in artillerie reichweite ok kommt warte ok kommt ne gefühlt habe ich mich jetzt noch weniger fp ist ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße oh katt da ist ein kläger turm oh mein gos ach ja ich sehe ihn vielleicht kann ich da drauf warte er witte orbital schrack oh mein gos Chris, ich brauche Ladung. Ich muss sie wegdrucken, guck mal. Ja, dann gab es alles. Naja, die ATS-T's. Oh mein Gott, der Tor war nicht weggeholt. Oh, die haben mich gescannt, die Wichser. Chris, ich habe wieder ein Orbitalsperrfeuer. Mach's nur auf den Turm. Moment. Erbitter Orbitalfeuer. Kommt direkt drauf. Alter, den soll man mich haben. Ich hoffe, dass... Obkoh, alles gut? Ja, ich hoffe so. Sehr gut. Bis jetzt hat er nicht getroffen. Ja. Meh. Scheiße. Bro. Nee, ich glaube, ich muss hinten drauf. Okay, er visiert mich an. Du musst hinten, hat er so Hitze-Schlitze. Oh, ich seh's. Ich hab das fertig gemacht von dem Schild. Für den Wohlstand. Nee, mich im Visier, deswegen ich kann's. Pass auf, pass auf, dass ich studiert. Okay, okay. Oh. Jetzt. What? Bin ich. Alter. Nicht heute! Boah. Ich bin da, Mori. Nein, auch gut. Ich hab nicht gemacht. Ich hab keine mehr. Freiheit lässt nicht warten, Helldiver. Muss ich da mal einlegen. Aua. Letztes Nachladen! Ja! Boah, die Kanone! Nein! Schicke einen Atter rein! Ich! Ja! WTF? Nein! Schicke einen Atter rein! Blöder Sack! Nice! Sehr glücklich! Sehr schön! Jetzt schnell weiter. Ich bin fertig! Oh, ich bin fertig! Oh, ich bin fertig! Oh, ich bin fertig! Oh, ich bin fertig! Wie kann man den zerstören? Wie kann man den zerstören? Und so ist das auch schon. Kann aber keine Höllen! Oh! Oh! Was hast du tun? Und euch passiert! Der AOKO hat's! Aber war ja gut! Ist er nicht kaputt? Jetzt kommt noch ein Adler! Komm noch ein Adler! Komm noch ein Adler! Nein! Geht das ja gefällt jetzt! Äh, hat sich hier gelohnt! Äh, hat sich hier gelohnt! Anfrage bestätigt! Verstärkung im Anmarsch! Mlem, nimm dir dann bitte den Rucksack! Ich hab den noch! Achso! Landungsschiffe! Ja, ja, ja! Landungsschiffe voraus! Wir müssen zur Direktion! Stimmt! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Au! Oh mein Gott! Wir benötigen ein Geschützt! Was ist denn der Nächste? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Alter! Die und die! Aua! Ich mein echt! Mein Vater hat die noch mal die gestern! Ich werd voll gegen Gangbangt, alter! Alter, haben die mich maßgenommen! What the fuck! Vorderes Verstärkung! Los! Lauf! Anfrage bestätigt! Verstärkung im Anmarsch! Alter! Jetzt heißt es nur noch überleben, aber sowas von! Oh, da kommt jetzt ein schöner Präzisionsschlag drauf! Ah! Wir müssen nach... Oh ne! Ich start schon mal das Ding! Ja! Auf jeden Fall! Ficke einer! Gerichtsfreiheit! Das ist Demokratie! Vorder, Evakuierung! Nice! Taktikausrüstung! Koordinatenempfang! Delikan Heinz kehrt zum Evakuierungsbereich zurück! Getling Gun geht auch nicht shit! Okay! Ich bauch Ladung! Das ist nicht gut! Ich hab kein Ding ins... ...gestorben! Keine Rucksack! Keine Rucksack! Scheiße! Weil die Waffe ist echt gut! Ich brauch halt nur einen, der mir dann immer... Oh Gott! Fuck! Oh nein, das ist ein... ...Hallquitsch! Fuck! Oh Gott! Ah du Scheiße! Danke! Gleih! Wie viele werfen denn jetzt aus? Im Level Krieg Experience! What da! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee estáah! 27er-Kombo. Nein! Nein! Mit dem Ding. Mit dem wiederholen. Alter, was ist das? Oh Gott, einfach den Modus D-Day aktiviert. Es ist einfach nichts möglich. Ich kann nichts mehr machen. Der hätte ich mal aufsparen müssen. Wir haben es gleich. Noch ein bisschen schwer. Ihr könnt mich nicht wiederholen, weil der Zerstoßer den Orbit verlassen hat. Achtung, Granate! Oh ja, Uwe. Okay, Uwe. Oh, einer von euch muss rein. Alter! Los, los, los! Nein, 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 nein! Alles gleich, bin drin, ich bin drin. Alter, Schwede. Oh, voll durchgeschwitzt. Jesus. Voll nice. und schwer ist glaube ich so die mitte von einem also ich weiß nicht also dieses ding was ich jetzt gerade hatte diese auto kanone weiß ich nicht ob diese sinn macht weil ihr könnt ihr alle auch zerstören die dicken schade hat mich chris einfach wäcke zerstammt zerstammt Ich bin ja mal gespannt, wie oft bin ich drauf gegangen? Dreimal, naja, geht ja noch. Diesmal kein Friendly-Fire, Sean. MLEM 300. Ja, weil er mich wahrscheinlich einmal komplett weggemacht hat. Komplett weggemacht, weggebombt. Okay, cool. Kann man wieder was holen? Ja. Verhindert bei Blutung in der Brust alle Schäden durch Blutung. Okay, cool. Antipersonen-Minenfeld, habt ihr das schon mal benutzt? Nee. Um den feindlichen Vormarsch zu stoppen. Und hier noch ein hilfreicher Tipp von General Graf. Ich hab immer noch die Standardgranate. Ich dafür rauch halt ziemlich gut. Denken Sie an die Grundlagen, dann werden Sie nie sterben. Na gut. Gehen Sie immer in Deckung. A, B, C. Always, B. Taking Cover. Ich freue mich schon auf das durchschlagende Gewehr. Die Brash-Taktik. Wer sie nutzt, kann überleben. Die Brash-Taktiks. Die müssen man sich in Fleisch und Blut übergehen lassen. Akquisition. Oh, Pit mit Adler. Oh, das ist cool. Verringert den Einsatz für Orbital-Taktik-Ausrüstung um eine Sekunde. Naja. Weiß ich jetzt nicht, ob das so... Oh, guck mal, ist das hier. Geil. Das ist schon besser. Oh. Erhöht den Schaden, den durch Orbital-Taktik-Ausrüstung verursachten Explosionen im weiteren Radius um ihren Mittelpunkt. Oh. Naja, weiß ich nicht. Das könnte auch... Eine zusätzliche Salve. Ja, okay. Da sollte ich rein... ...investieren. Auf jeden Fall. Muss die Bräde kaufen. Na, stimmt. Ja, aber sonst hätte ich halt noch in den anderen rein... ...investiert. Bei langen Einsätzen auf dem Schiff spart man viel. Man bekommt den Familientrennungsbonus, mit dem man Kost und Logis locker abdecken kann. Wie es aussieht, muss mein Bonus allerdings noch genehmigt werden. Aber wenn es soweit ist, kann ich jede Menge sparen. Under Construction. Ich möchte wissen, was die hier noch hinbauen wollen. Wo? Hier. Bei der Tussi hier. Hey, hey, hey. Hä, das... Nein, das ist doch wahrscheinlich das Upgrade. Über Erde ist doch wirklich der beste Ort der Galaxie... Ich glaub, hier kannst du ein Upgrade reinlegen. Ah, alles klar. Wenn ich nicht schlafen kann, stelle ich mir oft vor... Ah, alles klar. Ich glaube, das ist für die Türme. Ich hab bei... bei Stodde habe ich gesehen, dass die hier an diesen... ...Automaten dann... ...wurrunggedaddelt haben. Und hier auch. Hier auch kannst du bestimmt, äh... ...hier kommt dann auch was rein. Du musst mal gucken, wenn du hier in das Terminal gehst und beim Schiff, dann siehst du... Kann man das eh nicht? Wollen wir noch eine Mission machen oder... ...was? Wollen wir... Weiß ich nicht. Ich höre es mal durch. Okay. Oh, aber war doch eine coole Session auf jeden Fall. Ja. Ja. Mh. 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 Nächstes Mal, ne? Keine Nudeln und dann... Ich musste essen, du Ron. Ich musste essen. Ah, hier synthetische Zusätze. Alles klar, dann geht das glaube ich auf. Ja, dann gehe ich gleich zur Rewe und hole Salat. Und das sind dynamische Erfassung, Robotik-Werkstatt. Alles klar und dann geht das Ding da auf. Okay. Genau. Yes. Ja, ich spare jetzt erstmal auf diese 100 grünen, weil dann kann ich mehr für meine Orbitalschläge und so. 100 grüne? Mh. Ich habe jetzt 97 grüne. Ach das Ding, alles klar. Explodierende Schrapnelle. Militärische Überwachungsorganisationen bezeichnen explodierende Schrapnelle als barbarisch, grausam und bestens geeignet zur Verbreitung der Demokratie. Ja, das will ich hören. Wir haben noch einen Sektor verloren. Nein. Nein. Hä, wo siehst du das? Die Thelmyniden haben einen weiteren Sektor. Das ist schlecht. Die Schweine. Echt jetzt? Ja. Krass. Ich sehe... Oh mein Gott. Ich sehe es. Da unten müssen wir verteidigen eigentlich. Mal befragen. Oh, die kommen der Erde ganz schön näher jetzt. Guck mal in die Erde. Was ist da für Planeten gibt's? Gibt's da Saturn und so? Mars? Oh mein Gott. Wie geil ist denn das bitte? Oh mein Gott. Okay, das ist mega geil. Stell dir vor, wir kämpfen auf dem Mars, alter. Der feuchte Traum von Elon. Picoke. Picoke. Erbsenschwanz. Picoke. Ist das nicht Pisse? Ne, mit IEE. Ne, mit IEE. Nau, dass es eine neue Fraktion geben wird, die angreift. Ja, hier unten. Boah. Oben und unten. Wahrscheinlich, ne? Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Dann kämpfen wir uns. Wollen wir noch mal diese... Ich glaube, eine Mission mache ich noch dann, damit ich diese grüne Probe noch habe. So will ich das sehen, Oko. Das ging die hinten ja auch extrem machen. Pfff. Ja, da müssen wir uns aber echt konzentrieren. Ne, den ganzen Sektor mache ich auf keinen Fall. Ich muss zur Rewe. Deswegen. Aber eine würde ich noch machen. Mach mal eine Mission. Come on. Eine Mische. Aber damit kennt sich Chris aus. Was? 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 Wo ich gestern mit zu einer gekommen bin. Haha. Mein Gott. Der Blut. Der Blut-Chuck-Chuck. Das Wellensystem. Ja, das Spiel. Ja, das Spiel. Ja, das Spiel hatte auch ein... Ja, das war das Gemisch. Frostschutzmittel. Das sah echt so aus. Ja, das Spiel macht halt einen, wenn man es zu lange spielt, ein bisschen, ich weiß nicht, dösig oder so, weil das manchmal so viel zu tun hat. Dösig. Dösig. Ja, ich weiß, was du hast. Ja, ich weiß, was du hast. Extrem, wenn man so verkacken, Leute. Von mich und meinen 3Fs. Okay. Was nehme ich mit? Der Flammenwerfer macht Sinn auf jeden Fall. Ja, wieso haben wir jetzt wieder vier? Weil der DIVA weg ist. Ach, der war nur auf dem anderen Sektor, ne? Denk ich mal. Das sind so aus. Da so viel Kontrolle haben. Ah, das klar. Vergesst eure Booster nicht, wenn ihr habt, ne? Vergesst sich nämlich auch noch mal. Ich bin halt noch komplett am überlegen, was ich mitnehmen soll. Ich kann kein Aussehen. Kein Booster aussehen? Nee, du hast nur... Du kannst eben nichts mehr machen. Ich weiß Bescheid. Was ist denn das für ein Herz, Mori? Was ist denn das? Äh, warte. Den selben ich zwei Mal. Keine Ahnung, auch nicht aussehen. Ermöglicht es allen Helder, was Verletzungen standzuhalten. Okay. Krasse Beschreibung. Soll ich das Jetpack wieder mitnehmen? Mach mal. Ich habe ja meinen, ähm, Doc. Meine Security-Doc. Meine Security-Doc. Und die Orbitalkanone. Ja, aber dann kannst du das ja gar nicht auswählen. Was denn? Nee, warte. Nee, ich dachte, ob du das, ähm, Dings willst, das Jetpack. Ja, aber wenn, wenn ich es brauche, dann nehme ich es, dann wechsle ich einfach mal so. Haben ist immer besser als brauchen. Da habe ich jetzt nicht mitgenommen. Hack 87 keh? Wo bin ich rausgekickt? Hä? Hä? Ja, schaue es auch an. Wird's los? Ah, der Host, der Host hats verkackt. Ja dann join ich nochmal schnell, Papa. Oder, na, komm mal zu mir. Oh, komm mal zu Papa. Komm mal zu mir. Dann, ich hole mir nur mal ganz kurz was zu trinken. Ne, jup. Möge ihre Stimme gehört werden.